hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von der mountain scheiß auf aufnahmepause sind noch immer in der gleichen aufnahme wie in der letzten folge raus 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 einfach weil einfach mal alles wird man hier so in den taschen haben loswerden war theoretisch ja nicht so ganz aber warum da fleischung da fleisch ist okay war sogar das gleiche muss man nicht verstehen dann nein vielleicht platz schon mal jetzt mal da rein so das wollte ich weg bringen deswegen bin ich eigentlich hier rüber das ist nur dass ich wollte noch irgendwas damit mal wieder was anderes machen machen wir hier mal und machen dann küchenschrank 8 warte mal würde fast sagen noch einmal den das gibt sogar zwei verdammt ok kann ja vierer breite sein arbeitsflächen mäßig lassen und hier jetzt hochschränke falsch gedacht so so gibt ja vier hochschränke darüber auch noch was nähe ich glaube nicht wohl hat hier so rein raum technisch ja sogar wirklich eine komplette schrankwand sein könnte da muss keine arbeitsfläche sein aber irgendwie ich glaube so lassen war eventuell noch aber das kommt dann zu nah an die tür wiederum die kiste kann allerdings auch weg da könnte man ja eine komplette wand machen das wäre ja auch noch machbar oder kommen die mal nach nach da die zwei können wir auch weg hier ist eigentlich totaler quatsch die aufzuheben räumen wir einfach mal alles noch da dann müssten wir nämlich theoretisch die hälfte abbauen ok theoretisch war nicht gleich praktisch zack so ziemlich selber wieder rot nein so ach man ich bringe mich da selber raus da so und so nicht ich habe es doch eben richtig gemacht gab so wie gesagt hier könnten wir eine komplette haben wir noch so einen kompletten ok ich glaube da haben wir noch ansonsten hatten wir auch nicht einen großen ok kann man nicht mehr das hatte ich mir nämlich gerade gedacht jetzt hier unten im großen ok da wie ging der ja so nicht verdammt der große wie gegen der große wo wo ist denn der große das sind films das ding hier wäre auch langsam mal denkbar auch wenn ich da überlegt hatte der da ist nicht zu tun da sind die großen ah ok gott sagen es gibt doch nur einen ok und großen nach unten ja ja nicht so ganz passt ja doch die workbench kann da bleiben die kiste haben wir noch einen zack wisst ihr was den quatsch hier den legen wir jetzt mal da rein übergangsweise ja ich weiß der medlock war war die höhe von dingens ne so so das auch da rein wobei man das mal rüber nehmen könnte das kann man rüber nehmen mit zur schmiede und das auch das auch den hopper weiß ich nicht die eigentlich auch das upgrade kann man auch hier lassen die chest legen wir mal da rein so ist das verstaut können wir hier nämlich mal obwohl rohes fleisch nicht im kühlschrank ist natürlich wobei ich mich schon überlegt habe den sollte man eventuell austauschen gegen die vierer dass man hier unterschiedliche sorten rein machen kann das ist ja auch ok es gibt nur drei super aber wieder ganz toll so vier 1 2 3 4 sagen wir vier vierer jetzt geht das natürlich alles noch mal kaputt hier aber ich finde das einfach besser im kühlschrank dann mehr auswahl zu haben pop pop dann kann nämlich dass da rein das rohe fleisch hier auch da rein kann man dann nach unten tun das da rein nur noch andere sachen haben können wir die auch noch da rein ballern finde ich dann doch besser jetzt haben wir hier zwei große übrig und wir haben sonst reicht das hier aber erstmal würde ich sagen das ist so okay also an der tür ein bisschen beengend ich tendiere so ein bisschen den da sogar weg zu machen die workbench dahin mit der kiste drunter was ist das da eigentlich nee 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 das ist ja das geht ja mal gar nicht so so sieht man das wenigstens da nicht mehr ähm aber ja ich denke mal passt schon hier könnte man auch wieder irgendwie blumen drauf tun oder sowas damit ist hier richtig noch plädte irgendwo auch könnte dass man hier was dranhängen kann aber ich wüsste nicht was hier in der küche logik wäre die dinger noch hierhin hängen die 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 aber wüsste ich jetzt spontan nicht was man da dranhängen soll die passen jetzt natürlich nicht rein alter finne kürbis ist was zu essen kann in die küche stein hat hier in der holzkiste eh nichts zu suchen so fisch guck mal küche küche rote beete küche und die taschen zu voll aber da kann der stein kann da rein unsinnigerweise kürbis bei kürbis war so fisch technisch moment noch mal fisch auf jeden fall in kühlschrank die zwei müssen nicht in kühlschrank das kann man hier hin tun keine ahnung so und so fangen wir doch an so ein bisschen hier so so ein bisschen auch wenn die richtige regelungen alles noch wahrscheinlich noch ewig dauert also der ist abgeschlossen deswegen hatten wir auch hier genau deswegen hatten wir hier auch die sachen noch anders weil ich das ja in die küche haben wollte halt die seeds müssen allerdings nicht ach so sieht zwar keine drin müssen wir nicht unbedingt hin so kartoffeln darin lohnen darin äpfel da kommt noch mal die millionen nicht da rein sondern millionen da rein zack zack abgeschlossen passt das können wir auch schon mal abschließen natürlich auch hier ist auch noch so sagt das haben wir da natürlich wieder leer aber egal sollten vielleicht wieder in kühlschrank gebratenes fleisch muss da ja nicht unbedingt drin sein sage ich mal okay rohes fleisch allerdings schon so okay alter flede haben wir ja schon wieder eine folge nur ein bisschen hin und her sortiert ja okay bis morgen